Musik Im Süden liegen Norditalien und Slowenien. Zusammen bildet diese Grenzregion den Alpe Adria Raum. Das Gebiet bietet eine Naturkulisse, die in allen Jahreszeiten besticht. Kärnten ist geprägt durch seine Bergwelt. Sie wird folgendermassen unterteilt. Die südlichen Kalkalpen ziehen sich entlang der Grenzregion zu Italien und Slowenien. Im Norden erheben sich die Zentralalpen. Dort befindet sich auch der höchste Berg Österreichs, der Großglockner. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.